Hallo liebe Leute, wir spielen... ein Spiel. Ja, wir spielen eine Demo, und zwar die Demo von Dreadnought. Und fangen wir einfach mal an. So, ein neues Spiel. Beziehungsweise... ...jetzt mal spät. Das mit der Facecam... ...wenn es mal nicht so funktioniert, deswegen habe ich jetzt noch mal ein neues. Wisst ihr? Das ist ein Face so. Okay. Ja, es lädt. Es lädt gut. Ah, diese Leute, die nachts um drei anrufen... Hm. Okay. Diese Strange. Okay. Wir laufen mal zum... Oh, Smartphone. Natürlich. Und was auch sonst. Ihrer. Hey, ihrer. Hey, ihrer. Ist irgendwie freaky. Oh, ho, ho, ho. Dreh durch. Dreh durch, Schlampe. Dreh durch. Okay. Ist das eine Tür? Ja, ne Tür. Kann man sonst hier... ...sicht du... ...oder sonst was machen? Ah, mit der rechten Maustaste kann man so... Oh, ira. Hey, wer ist er, ira? Okay. Jetzt wird es dunkel. Dann nimmst du mal dein Handy. Okay. Okay. Bluetooth nur rentak cool. Okay. 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 Es ist okay, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Und... Das ist auch noch. Das ist doch kein Loch. Okay. 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 Ich hab dich gesehen. Wo wird's hin? Hallo? Ich hab dich gesehen. Oh, ira. Oh, ira. Du bist... Bitte sei ira. Oh, ira. Du bist komisch drauf, ira. Wer bist du? Du bist nicht mein Freund. Schfett. Ich würde' nicht lachen. Yes. Okay. Ich renne vor, okay? Warst du nicht hier? Hallo? Da flackert ein Licht. Oh, ne. Das sieht böse aus. Ich hab Beweis, Brutto. Du bist hässlich. Stirb. Weil du hässlich bist. Stirb. Du siehst ganz schön freaky aus. Und dein Lach ist auch ganz schön krass. Aber wir liegen auf dem Boden. Sterb. Sterb. Da ist ein Licht. Oh, ja. Eine Woge aus Koks. Schnell rein. Ja. Ja, lauf. Oh, lauf. Was kieren mal ein Nächchen. Okay. Schmier schwarz. Ich hör das Lachen. Und ich hör jemanden heulen. Okay. Los, raus hier. Von Schlampe wiederkommt. Raus hier, raus hier. Runter, 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 runter. Lennig schon wieder durchdringen. Lennig schon wieder durch. Ich kann es nicht so gehen. Ich kann es nicht so gehen. Anyone can't get out of this place. You have to get out of here. Take this key and leave now. You have to get out of here. Take this key and leave. Help! Who's this house? I have a doubt. I think I'm going to get out of here. Get out of here. Come on, go. Come on, go. Come on, go. Come on. Come on, go. Noch schneller. Das ist ein Gebäuge. Oder sowas. Das ist kein Gebäuge. Ich drehe auch gerne wieder um. Wie ist das denn so nicht? Okay. Ich hab auch dein hässliches Gesicht fotografiert. Ich habe einen Schöpfchen. Ich komme nicht weg. Ja. Ich werde die Schöpfchen. Ich habe ihn nicht gleich. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ja. Das verstehe ich nicht. Zweitherzige, ich glaube nicht. Okay. 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 Das ist ein bisschen creepy hier, also ich habe echt keine Ahnung, was ich machen will. Ich renne einfach nochmal zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf. Lauf. Was ist da hinter mir? Irgendwas ist da hinter mir. So gut bin ich. Scheiße. Lauf. 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 Lief. Wo renne ich überhaupt hin? Ich glaube, ich renne falsch. Ich renne falsch. Okay, das hat mir nichts gewacht. Lauf. Lauf, laug, 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 laug. Und das mache ich mir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, 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 Gott. gut beide oder Ich finde das Foto in den Hosen. Was fühlt das? Ah, es tötet sie. Wo ist das zweite Filter? Ich werde dich voll zacken. Gib mir! Ich bin ein Foto. Ich bin ein Foto. Ich bin ein Foto. Ich bin ein Foto. Jetzt ist mein Adel. Bist du zufrieden? Möchte du? Was? Also, richtig viel gebracht hat das ja scheinbar nicht. Ich sehe hier auf Karmus. Das ist ein Babyfest. Oh ja, oh Gott. Oh nein. Oh. Okay. Hey, Ira, hast du da? Muss ich den verstehen? Oh, das ist die Demo jetzt zu Ende. To be continued. Ah, ich glaub die Demo zu Ende, Leute. Oh ja. Ich hoffe, das Spiel hat euch irgendwie das Leben so völlig so stört. Also so in eurem Kopf drinnen. Also ich fand's bis jetzt echt ziemlich cool. Und mal sehen, vielleicht hol ich mir das Spiel auch so vollständig. Ja, und dann spielen wir's. Ja, ich denke schon. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschüss, euer Perpo.